Hallo liebe Erstsemester, viel Spaß im Studium. Hi, viel Spaß beim Studium. Und willkommen. Moin liebe Erstis, geht auf jeden Fall in der Mensa essen, wenn ihr hier seid. Am Campus Wechloy, aber auch in Haarentor geht das. Die Mensa ist super, was das Essen angeht, vor allen Dingen preis-leistungsmäßig. An vielen Veranstaltungen teilnehmen, damit man viele Leute kennenlernt auf jeden Fall. Weil das ist so eigentlich der Moment, wo man so in die Gruppen reinkommt. Probiert Sportangebote aus, schaut, ob ihr außerhalb des Studiums überhaupt habt. Ich kann nur als Tipp geben, dass man nicht verzweifeln sollte, weil alle im Grunde im gleichen Boot sitzen wie man selbst. Ja, und dass, auch wenn es vielleicht so scheint, nicht alle total die Überbrains sind, sondern dass viele auch einfach mal kurz keinen Plan haben und dass es okay ist, wenn man ein bisschen verloren ist am Anfang. You have to study up to date every day and there are a lot of team groups and teams which can support you. Im Wintersemester ein bisschen mehr machen und im Sommer ein bisschen weniger. Einfach durchziehen halt, ne? Immer lernen in dem Semester, die U-Bugenzettel machen und dann kriegt man das hin. Frustresistent bleiben, dranbleiben und durchhalten. Und irgendwann lohnt es sich dann. Immer motiviert bleiben. Sehr viele Notizen machen. Und das Studieren geht nicht nur darum, Vorlesen zu machen, sondern auch Leute kennenzulernen. Und viel auf dem Campus abhängen ist ein sehr guter Tipp. Wenn ihr Leute findet, die ihr nett findet, man kann auch, wenn man älter ist, seit fünf noch fragen, wollen wir Freunde sein. Every experience that every student has is unique and whether it's good or bad, just have fun with it and learn from it. Es ist eine super schöne Uni. Es gibt super viele grüne Anlagen und ich hoffe, ihr genießt euer Studium an der Uni Oldenburg. Viel Spaß im Studium und viel Erfolg. Es wird eine tolle Zeit und ihr werdet es euch bereuen. Ja, we shoot the best. Tschüss. Tschüss.